Ne, ich hab's nicht durchgespielt, aber ich habe jetzt endlich den Weg zum Sandtempel gefunden. Das war schon hart genug. Der Wüstentempel ist in der echten Welt? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ach, True, nur der Boss ist ja in der anderen... True. Fünf Rubinen. Genau. Und dann... Jawohl. Warte, 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 warte. Ach. Zweieinhalb Herzen. Was soll ich sagen? Ah. Dein Schlüssel. Den, warum brauch ich den hier? Ach, jetzt wird hier alles geflutet mit Sand. Kleine Easter Eggs noch in die Wand. Die Tarnhandschuhe, da sind sie. Einmal hochheben, Batz, weg. So. Dein Schlüssel. Scheiße. So, Hälfte vom Tempel haben wir damit auch. So, damit wir nämlich hier rüberkommen. Gigi. Guna, Drobine. Ein K haben wir jetzt schon. Also wir können uns dann irgendein Item kaufen. Am besten den Bogen. Oder Feuer... Oder Eisstab oder sowas. Runderwerfen. Ähm... Damit das dann... Immer wechselt. Und ich dann da hoch kann. Keine Schüsse. Keine Schüsse. Noch 100 Robine. Das ist sehr schön. Ich habe den vierten Dungeon damit jetzt auch fertig. Oh nein, ich soll die Fläche heilen. Äh, nachdem noch zwei. Gib uns eine Skyblock Island Snoop. Dann bin ich fertig. Dann bist du fertig mit dem Game. Ja. Zwei Dungeons und dann halt noch, äh, Heiro, äh, halt noch Carsten. Was war dein Heiler? Ah, danke. Der so eine Katze, äh, von dem Schrank unterklappt. So. Kennst du den? Ne. Wo er dann so richtig weit ausschaut und dann sie so... Und dann die Katze voll runterspringt. Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, das gleiche muss ich einfach mit dem... Oh mein Gott. Okay. Abien. Armgegner. Chillig. Ne, ich bin immer noch unter der Kategorie Minecraft drin. Degal, bin ich irre? Hast du gut gemacht. Oh mein Gott. Ich bin auch irre. Dafür kann ich ja gebannt werden, oder? Echt? Kann man? Ja, kann man. Noch ein Herzcontainer. Oh, mittlerweile hab ich echt viele Herzen. Oh, nö. Rein. Die Hexe. Tjung. Ah, ich muss mir nochmal ein verbessertes Master-Schwerf holen, natürlich. Hm. Ja, ich passe schon auf mich auf. Immer wenn du Master sagst, denke ich am Master Schief aus Halo. Ah, tsch. Ja, das ist nicht das, was ich denke. Weißt du, ich will mir das neue Halo Infinity holen, wenn es dann endlich mal drauf ist. Aber wo muss ich jetzt hin? Ja, ich muss zur Küche. Warum ich das mache? Weil ich gern streamen. Und weil es um Spaß geht und nicht um wie viele Leute da sind. Oh, das ist schon wieder. Es ist einfach spült. Ja? Den möchte ich immer felschieren, kurz. Sag du. Okay. Ja, ich bin jetzt in der Kirche und hab jetzt da endlich das letzte Master-Erz. Ja, das war perfekt gezeigt. Ja, ich bin jetzt im Team. Ja, ich bin diese� 일�bar. Bis zum nächsten Mal.